Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leinbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Es geht um das Thema Selbstzweifel und Sorgen überwinden. Selbstzweifel und Sorgen überwinden. Von vielen Männern in meinem Coaching und in meinen Seminaren höre ich immer wieder ein zentrales Thema, mit dem sich Männer herumquälen, nämlich permanente Gedanken, permanente Zweifel und Sorgen. Sie sind gedanklich mit vielen Problemen beschäftigt und können diese Probleme nicht loslassen. Und zwar in einer destruktiven Art und Weise. Es gibt ja eine konstruktive Art und Weise von Zweifel als auch von Sorgen. Du hast eine Entscheidung getroffen und musst dich nochmal hinsetzen, um sie genau zu überprüfen, weil du Hinweise hast, dass die Entscheidung vielleicht nicht gut war. Dann macht es Sinn, dass man an der Stelle selbstkritisch ist und nochmal neue Informationen oder neue Informationsquellen, Meinungen hinzunimmt, um diese Entscheidung zu überprüfen und eventuell zu revidieren. Genauso ist es gut, sich Sorgen zu machen, wenn bestimmte Dinge passiert sind, wo es um reale Sorgen geht, wo dann Handlungen folgen. Der Punkt ist, folgen dann nach einer begrenzten Zeit, wo du dir Gedanken zu etwas gemacht hast, auch Handlungen. Das heißt, revidierst du die Entscheidung oder stehst du dann dazu und hakst das Thema ab oder nicht. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Also, wenn du keine Selbstzweifel und keine Sorgen mehr hast, dann bist du selbstherrlich und dann bist du vielleicht auch einfach nur ein bisschen beschränkt. Ja, weil das gehört einfach dazu. Wir leben in einer komplexen Welt, wo es mehr darum geht, als erlegtes Mammut oder nicht. Wir haben viele komplexe Entscheidungen zu treffen. Es sind komplexe Situationen und die Welt wird immer komplexer und komplizierter. Und in manchen Situationen ist es einfach auch schwer, die richtige Entscheidung zu treffen, weil man nicht alle möglichen Informationen hat und weil man nicht alle Konsequenzen übersehen kann. Das ist so. Und es ist ganz normal, dass man sich an späterer Stelle noch mal Gedanken macht, vielleicht noch mal Gespräche hat oder auch Informationen bekommt, die man vorher nicht hatte. Also es ist grundsätzlich völlig in Ordnung. Selbstzweifel und Sorgen. Wer selbst an sich nicht zweifelt, grundsätzlich nicht zweifelt, ist in der Regel ein sehr einfach gestrickter Mensch. Und ich behaupte auch keine komplexe Persönlichkeit. Jeder, der vorankommen will, jeder, der an sich arbeitet, jeder, der in seiner persönlichen Entwicklung weiterkommen will, kommt nicht umhin, an sich auch zu zweifeln. Auch wenn man vielleicht ein anderes Wort da benutzen würde, nämlich Selbstreflexion, dann ist das positiver. Ist aber unter Umständen inhaltlich dasselbe. Sein eigenes Verhalten in Frage stellen, seinen Denkweisen und so weiter in Frage zu stellen. Es geht also gar nicht, wenn du vielleicht darunter leidest, Selbstzweifel zu haben, Sorgen zu haben. Es geht vielleicht gar nicht darum, dass du die nicht hast, sondern es geht darum, die Art und Weise und vielleicht die unproduktive Art und Weise und die grenzenlose Art und Weise. Weil das sind zwei wichtige Kriterien. Sind deine Selbstzweifel, sind deine Sorgen produktiv? Sind die Gedanken, die du dir machst, produktiv? Führen sie zu einem Ergebnis, einer Handlung am Ende? Oder bleibt es bei einem Denken? Dann ist es philosophische Beschäftigung. Ist es also zielgerichtet, dann ist es konstruktiv. Es ist nicht zielgerichtet, dann wird es destruktiv und wird ein Dauerläufer. Es lohnt sich also bestimmte Zeiträume zu setzen, dazu kommen wir gleich noch, indem man sich Gedanken macht, indem man Dinge analysiert und dann muss am Ende aber ein Schlussstrich sein und eine Entscheidung stehen, egal ob man 100% der Informationen hat oder nicht. Ja, nochmal, in vielen komplexen Entscheidungen kann man nicht alles absehen. Wenn du ein Haus kaufst, wenn du, selbst wenn du ein Auto oder ein Fahrrad kaufst, dann weißt du noch nicht, was du vielleicht für ein anderes Hobby entwickelst, das du umziehen willst, neue Arbeitsstelle kriegst. Es gibt zu viele unwirkbare Faktoren, die man nicht alle abchecken und 100% überprüfen kann. Und jede Entscheidung kann sich im Nachhinein als schmerzhaft oder, wenn du so willst, als falsch herausstellen. Und trotzdem braucht es einen Zeitpunkt, wo man sagt, bis dahin wird die Entscheidung getroffen und dann ist gut. Und dann ist es wichtig, danach diese Entscheidung so stehen zu lassen und eben nicht mehr daran zu denken. Das ist dann eben destruktiv. Also du kaufst etwas und guckst, nachdem du es gekauft hast, ob es nicht woanders hätte es billiger kriegen können. Das ist destruktiv, oder? Und wenig produktiv. Das bringt nichts. Das kannst du vorher machen, aber nicht hinterher. Also das macht an der Stelle keinen Sinn. Das ist wie eine Frau heiraten und nach der Hochzeit die Fragen, habe ich die richtige geheiratet? Oder ein Kind zeugen und dann fragen, will ich wirklich Vater werden? Also das sind die Sorgen an der falschen Stelle. Das muss vorher passieren. Und das ist die zweite Frage. Hast du die Kontrolle darüber? Machst du das selbstbestimmt in der bewussten Form, deine Gedanken? Oder bist du Opfer deiner Gedanken, steuern deine Gedanken dich? Es geht also viel darum, worüber ich auch in meinem Podcast über Meditation geredet habe, über bewusste Gedankenkontrolle. Habe ich mich im Griff? Habe ich die Kontrolle über mich selbst oder sozusagen bin ich in einem krankhaften und auch destruktiven Muster gefangen, das mich immer wieder zweifeln lässt und immer wieder Sorgen über mich selbst machen lässt? Und das ist der eigentliche Punkt, um den es hier geht. Es geht nicht um die Selbstzweifel, es geht nicht um die Sorgen, sondern es geht darum, bist du jemand, der handlungsorientiert ist, bist du jemand, der selbstbewusst ist, bist du jemand, der Kontrolle, Führung über sich selbst hat. Super, dann kannst du dir beliebig viele Sorgen machen, dann wirst du den Zeitraum setzen, wo du dir alle Sorgen der Welt machst und dann eine Entscheidung treffen und aus dieser Entscheidung heraus dann etwas machen. Es ist nicht wichtig, ob du ängstlich bist oder nicht, ob du sehr viel Vorsorge triffst oder nicht zum Beispiel. Völlig okay, aber dann ist auch gut. Also nehmen wir mal an, du hast Sorge, nehmen wir ein Beispiel, diese Prepper. Du hast also Sorge, dass ein Atomunfall passiert, ein Atomkraftwerkunfall passiert, dass wir einen dritten Weltkrieg bekommen, dass wir eine Hungersnot bekommen, Stromausfall, das beschäftigt dich. Nehmen wir mal dieses ganz plakative Beispiel, das ist sehr greifbar. Ist ja nicht unberechtigt, kann alles passieren. Hat es alles schon gegeben in der Menschheit, wird es auch wieder geben und rein statistisch und ja, man kann sich jetzt natürlich hinsetzen, den ganzen Tag Sorgen machen. Das ist unproduktiv. Du kannst aber sagen, okay, für bestimmte Dinge treffe ich bestimmte Vorsorgen und du kannst dann einschätzen, das Risiko, als wie ernsthaft sehe ich das an und dann triffst du Entscheidungen. Kaufst dann Notnahrung oder keine Ahnung, was du dann machst, aber du triffst dann Entscheidungen, nimmst du ein X in die Hand und dann lässt du es aber auch los, weil du weißt, ich habe dann meine Vorbereitungen getroffen. So, das ist produktiv. Wenn du in deinem Flieger bist und eine weitere Reise machst, wie ich damals mit dem Ultraleit zum Nordkap und du fliegst über unbewohnte Gegenden und so und machst dir Sorgen, hey, dann sind diese Sorgen nicht unberechtigt, weil alle 10.000 Flugstunden fällt statistisch der Motor aus, dann lässt man den Rettungsschirm nochmal überprüfen, obwohl der Zeitraum noch nicht da ist. Einfach um 100% sicher zu sein, der Rettungsschirm funktioniert. Ich lasse den Notsender nochmal checken. Um zu wissen, der Aufschlagssender, der bei Aufschlag sofort ein SOS an den Search and Rescue sendet, funktioniert auch. Ich installiere noch eine zweite oder dritte GPS auf dem iPhone, um noch ein Zusatzreservesystem für die Navigation zu haben. So, und nachdem ich das gemacht habe und habe zum Beispiel Schwimmwesten an und überprüfe die nochmal und habe, wenn ich übers Meer fliege, dort sogar einen leichten Taucheranzug an, weil ich weiß, nach ein, zwei Stunden bin ich erfroren in dem Wasser. Okay, das ist das Maximum, was ich machen kann und dann muss ich entscheiden, will ich diese Reise machen und dieses Restrisiko, was immer bleibt, eingehen. Und dann lasse ich aber auch die Sorgen wieder los, weil ich weiß, ich bin perfekt vorbereitet dafür. Das ist konstruktiv. Ich bin zum Beispiel ein sehr ängstlicher Mensch, ich mache all diese Dinge. Ich habe das, wie gesagt, das sind alles konkrete Beispiele, die ich vor der Reise gemacht habe. Und letztendlich habe ich alles nicht gebraucht, zum Glück, und ich bereue es aber nicht, weil mein Leben ist mir sehr viel wert und meine Gesundheit. Und so mache ich das bei vielen Dingen. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Andere gehen da ein bisschen lockerer heran und das ist eine Haltung. Okay, kein Problem. Die Frage ist, stehen dir deine Sorgen im Weg? Halten sie dich ab, die Dinge zu tun, die du tun willst? Und das ist der entscheidende Punkt. Mich hat es nicht abgehalten, verrückte Sachen zu machen. Wenn ich entschieden habe, die sind es wert. Das Risiko ist realistisch klein genug. Und ich habe schon viele Sachen in meinem Leben gemacht, aber ich habe sehr genau abgecheckt. Also Sorgen sind da an dem Punkt konstruktiv. Die Frage ist ja nicht, machst du dir Sorgen, machst du dir konstruktive Sorgen, destruktive Sorgen. Der Punkt ist, warum machst du diese Sorgen? Warum zweifelst du an dir? Viele zweifeln ja, weil sie mangelndes Selbstwertgefühl haben. Also der Grund sind nicht die Gedanken oder die Sache selbst, sondern der Grund ist ein anderer, ist ein emotionaler. Zum Beispiel, du bist in einer Beziehung mit einer Frau und hast eine klassische On-Off-Beziehung, was ich immer wieder erlebe. Soll ich mit der Frau zusammen sein? Soll ich nicht. Soll ich mich trennen? Soll ich nicht. Ich bin unzufrieden, aber ich will ihr noch eine Chance geben. Sie verhält sich beschissen mir gegenüber, respektlos, macht Dinge, die mich verletzen, wissen, aber vielleicht sollte ich ja doch und so weiter. Das zeigt einerseits ein mangelndes klares Wertesystem und zum anderen ein niedriges Selbstwertgefühl, dass du dir sowas bieten lässt und dann aus Bedürftigkeit bei einer Frau bleibst. Und das erzeugt permanente Selbstzweifel und lässt dich in einem Modus hängen, wo du nicht klar eine Entscheidung treffen willst, weil du nicht bereit bist, die Konsequenzen der Entscheidung zu tragen. Wahrscheinlich bist du dann auch ein Mensch, der eben nicht entscheidungsfreudig ist, sondern Entscheidungen vor sich her schiebt. Ein Mensch, der vielleicht Entscheidungen in seinem Leben als schmerzhaft erlebt hat, der in seinem Leben viel Entscheidungen, wenn er sie getroffen hat, als unangenehm, als schmerzhaft, als destruktiv erlebt hat, der keine Verantwortung übernehmen möchte, der gerne andere für sich entscheiden lässt, weil man dann natürlich immer gerne die Verantwortung abgeben kann und ein Schuldigen hat. Und das scheint mir bei vielen, die über Selbstzweifel, die über Sorgen klagen, das eigentliche Thema zu sein. Also bin ich jemand, der Selbstbewusstsein hat? Bin ich jemand, der an sich selbst glaubt? Bin ich jemand, der Werte im Leben hat, für die erlebt und auch konsequent geht? Bin ich emotional unabhängig? Zum Beispiel in diesem On-Off-Beziehungsmodell von Frauen? Kann ich mal aushalten, Singles zu sein? Oder bin ich so abhängig, dass ich sowieso nicht gehen kann? Also meckere ich lieber und bleibe? Und bin ich jemand, der gerne Entscheidung trifft, der Entscheidung treffen, als was Tolles erlebt oder der sich quält mit Entscheidungen. Und das kann man schon beobachten. Manche quären sich vor einem Regal im Supermarkt mit der Entscheidung, welchen Kaffee oder welche Kekse kaufe ich. Und manche finden es geil. Oh, so eine tolle Auswahl. Spannend. Also ist das eine Bedrohung für dich? Ist das eine Belastung für dich, zu entscheiden? Ist es leichter, wenn jemand anders entscheidet? Bestellst du lieber gemischtes Eis, statt dir die Sorten auszusuchen? Dann weißt du, so bist du gestrickt. Und zu Männlichkeit gehört aus meiner Sicht dazu, Entscheidungen zu treffen. Also eben nicht in der Hingabe, in der Weiblichkeit zu sein, sondern in der Männlichkeit heißt, ich treffe Entscheidungen und ich übernehme die Verantwortung dafür. Seine eigene Männlichkeit zu stärken, heißt also in erster Linie bewusst, Entscheidung zu treffen. Bewusst auch Zeit dafür, für die Entscheidungsfindung, die angemessen ist, festzulegen, eine Entscheidung zu treffen, konsequent danach zu handeln und danach erst einmal in diesem Handlungsmodus zu bleiben und nicht im Nachdenkmodus zu sein. Und dann auch gerade stehen für diese Entscheidungen. So, das kannst du erst einmal trainieren. Wenn du das verändern willst, dann ist das nicht etwas, was von heute auf morgen geht. Ich kann dir keinen Trick verraten. Mit diesem Trick hast du keine Selbstzweifel mehr. Manchmal gibt es solche Coaches oder Esoterik-Fuzzis, die dir so einen Unsinn erzählen. Nachhaltige Persönlichkeitsentwicklung geht nicht schnell. Das ist nicht mehr ein Trick. Das ist wie jemand, der sagt, komm mal diese Woche ins Sportstudio, dann hast du ein Sixpack-Bauch. Ja, so ein Quatsch. Oder mach einen Surfkurs, dann kannst du surfen. Völliger Blödsinn. Kannst du nicht. Genauso wenig wie du nach einem Fahrstunden-Führerschein Auto fahren kannst. Du kannst irgendwie Verkehrsteilnehmer sein, ohne aufzufallen, aber gut Auto fahren kannst du dann lange nicht. Also das braucht Zeit, wie alles im Leben. Wir reden von Monaten oder Jahren, wenn es um grundlegende Persönlichkeitsaspekte geht. Da muss man lange an sich arbeiten und zwar nicht nur intellektuell. So, das vielleicht mal vorweg. Es gibt also keinen Trick. Du kannst dein emotionales Muster verändern, ja, und du kannst anfangen, deine Männlichkeit zu formen. Das bedeutet, dass du sagst, ja, ich verstehe das, ich möchte mehr Entscheidungen treffen und dafür stehen. Und so wie beschrieben, auch konsequenter nach handeln. Super. Wenn du sagst, das finde ich gut, weil dann gehörst du zu den Entscheidern. Es gibt eben vielleicht 10% Entscheider und 90% Nicht-Entscheider. 10% Selbstständige, 90% Angestellte. Bist du jemand, der selbstverantwortlich ist für alles oder jemand, der immer jemanden hat, der für dich entscheidet, der eben sagt, ich lebe lieber nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt. Und diese Entscheidung musst du erstmal treffen. Und das bedeutet, es gibt niemanden, den man schuldig machen kann. Niemand, der gerade steht für die unangenehmen Entscheidungen. Will ich das? Kann ich das? Und je mehr du das kannst, umso mehr hast du maskuline Energie, umso mehr wirst du zu einem Entscheider, zu einer Führungspersönlichkeit auch, ein Vorbild für andere, je mehr du Entscheidungen selbstständig triffst. So, das bedeutet, im Alltag, wenn du das trainieren willst, treffe so viele Entscheidungen wie möglich selbst. Definiere einen Zeitraum und entscheide. Fangen wir bei dem banalsten Ding an. Du stehst vorm Regal und willst Kekse kaufen. Dann ist eine sinnvolle Zeitraum ist 5 bis 30 Sekunden für diese Entscheidung. Also treffe innerhalb dieser kurzen Zeit eine Entscheidung für die richtigen Kekse. Und dann iss sie, genieße sie oder stehe dazu, dass du die falschen ausgesucht hast, die einfach nicht schmecken. Das ist jetzt wirklich banal, aber damit fängt es an. Das sind die Alltagsentscheidungen, die man trifft. Die Kekse, die Eissorte, die Route, die du fährst zur Arbeit, die dann schneller oder langsamer ist. Treffe eine Entscheidung nach der Information, die du hast, wähle die Route und lebe dann damit. Und stehe dafür und vergeude nicht deine Zeit, damit nachzudenken. Hätte ich doch lieber die andere Kekssorte gekauft. Hätte ich doch lieber eine andere Route gewählt zum Fahren. Das bedeutet, hier konsequent sein und möglichst viele Entscheidungen selbst zu treffen und nicht zu delegieren. Das hört sich simpel an. Bei den Keksen und bei der Route zur Arbeit ist das noch simpel, aber wenn es dann um komplexere Dinge geht oder emotionale Dinge geht, wird es schon schwieriger. Sagst du deiner Partnerin die Meinung, weil sie einfach deinen Schreibtisch aufgeräumt hat, weil du eigentlich sauer bist, dass sie an deine Sachen gegangen ist? Oder hast du nicht die Eier dazu? Triffst du die Entscheidung, jetzt Streit zu machen, hier die Meinung zu sagen oder nicht? Da wird es schon interessanter. Manche grübeln dann ewig drüber nach und kommen nicht weiter. Und es gibt viele andere Dinge, komplexe Entscheidungen für Produkte, die du kaufst, vor allem aber auch im Zwischenmenschlichen, wo du Probleme ansprichst, wo du deine Meinung sagst. Auch da Entscheidungen treffen, dazu gehen, dafür gehen und dafür gerade stehen. Das stärkt dich. Je mehr du erlebst, deine Entscheidungen führen zu Erfolg und machen dich stärker, führen zu mehr Lebensqualität, zu mehr Glück, zu mehr Geld, umso stärker wirst du. Jede bewusst getroffene Entscheidung macht dich stärker. Jede, vor der du wegrennst, die du delegierst, vor der du dich drückst oder hinterher rausredest, macht dich schwächer. Wir reden nicht über drei oder dreißig, wir reden über dreihundert oder dreitausend Entscheidungen. Angefangen von den banalen bis hin zu Hauskauf, Partnerwahl und den wirklich lebenswichtigen Dingen. Die Summe ist aber wichtig und deshalb sind diese ganz banalen Dinge auch wichtig. Lass nicht andere entscheiden, sondern entscheide selbst oder entscheide ganz bewusst. Da lasse ich einen anderen entscheiden. Wenn du einen Flug buchst, kannst du dich die Flugroute wählen. Es sei denn, du bist der Pilot. Dann entscheidest du, ich vertraue dieser Fluggesellschaft, der Ausbildungsstand, dem internationalen Standard, dass er die richtige Flugroute wählt. Das kann man nicht selbst entscheiden. Sonst musst du beim Auto fahren. Da kannst du selbst entscheiden, wo du herfährst. Also, das ist der erste Punkt. Klare Entscheidungen treffen. Hinter definieren, es wird nicht mehr in einem bestimmten Zeitraum darüber nachgedacht. Du verbietest dir die Gedanken. Darüber nachzudenken, einfach weil sie unproduktiv sind. Und damit kommen wir zu einem zweiten wichtigen Punkt. Das bedeutet, dass du die Kontrolle hast über deine Gedanken. Dass du deinen Gedanken nicht erlaubst, dich selbst zu tyrannisieren, in einer unproduktiven Schleife hängen zu bleiben. Und das ist eine Sache von Gedankenkontrolle. Diese Gedanken sind häufig mit Angst verbunden. Es ist häufig ein emotionales Muster. Wenn du ein sehr ängstlicher Mensch bist, dann manifestieren sich diese Gedanken in Form, diese Angst in Form von Gedankenmustern, die sich immer und immer wiederholen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Oder in die Zukunft gerichtet. Also in der Vergangenheit irgendwas in Frage zu stellen, dir Fantasien auszumalen, was anders gewesen wäre. Hättest du etwas anderes entschieden oder anderes gemacht, was unproduktiv ist in der Regel. Oder eben in die Zukunft gerichtet. Was kann man ewig lang nach zu gerübeln, was passiert, wenn. Das macht nur in einem sehr begrenzten Maße eben Sinn. So, hast du die Kontrolle über deine Gedanken. Wenn nicht, bist du wahrscheinlich jemand, der eben damit seine Ängste kompensiert, beziehungsweise ist ein Ausdruck der eigenen Ängste und du hast keine Kontrolle darüber. Dann geht es darum, seine Ängste, wenn du merkst, das sind Gedanken, die aus einer Angst kommen. Dann geht es darum, sich deinen Ängsten zu stellen. Das ist ein großes Thema. Dann hör dir meinen Podcast zum Thema Angst an. Da musst du Dinge tun, dich mit deinen Ängsten in einer konstruktiven Weise zu konfrontieren. Anstatt mit der Angst vor dem Antobkrieg oder der Angst, dass deine Partnerin mit dir Schluss macht oder die Angst, dass irgendwie Gabi, mit der du gerne was anfangen willst, vielleicht mit einem anderen was hat, wie auch immer. Anstatt in diesen Schleifen hängen zu bleiben, konfrontiere dich mit realen Ängsten. Auf 4000 Meter aus dem Flugzeug zu springen oder im Boxkampf einen auf die Fresse zu kriegen. Das sind reale Ängste, die dich stärker machen und die dir letztendlich auch helfen, mit den anderen besser umzugehen. Also wenn du merkst, dein Muster ist eigentlich Angst, du hängst in der Angstschleife drin, in ängstlichen Gedanken, dann gehe nach vorne statt nach hinten. Mach kein Wellness-Training, sondern mach Kampfsport. Konfrontiere dich mit riskanten Situationen, aber wie beschrieben, keine, die dein Leben oder deine Gesundheit dauerhaft gefährden. Wir reden nicht von einer Platzwunde oder von einer Beule, sondern ernsthaften Verletzungen. Die sollte man vermeiden. Es geht darum, dass du dich mit realen Gefahren und Schmerzen auseinandersetzt. Das macht dich stärker und hilft dir dann auch in abstrakteren Situationen besser mit umzugehen. Das ist das eine. Wenn du in diesem Gedankenmodus hängst, ist das häufig ein Modus, wo Männer, wenn ich das erlebe, in einem sehr niedrigen Energieniveau sind. Was heißt das? Ein niedriges Energieniveau. Das bedeutet, dass sie sehr flach atmen, dass sie wenig Emotionen haben, dass sie wenig körperliche Spannung haben, dass eben wenig Leidenschaft da ist, wenig Testosteron da ist. In so einem Fall, wenn du merkst, du hängst, dieses Gedankenmuster von Sorgen, von Zweifeln hält dich auf diesem niedrigen Energieniveau, dann macht dich so etwas krank. Dann blockiert es dich sozusagen. Dann blockiert die Software den Motor. Die Software rechnet und rechnet und rechnet und spritzt keinen Sprit in den Motor. Der Motor fährt nicht, weil die Software einfach blockiert ist. Also, was machst du mit so einer Software, die der Motor fährt nicht, weil sie sich tot rechnet? Dann überbrücke einfach diese Software. Ganz einfach. Und lass den Motor direkt einspritzen und fahr. Was ganz Einfaches, was dann hilft, ist, zieh deine Sportsachen an, geh raus und mach Sport. Kannst du auch zum Sportstudio machen, ist egal, aber mache Sport. Bewege dich, mach Action. Bring deinen Körper in Spannung. Kannst du auch Sex haben, geht auch. Kannst mit jemandem heftig streiten, geht auch. Kannst körperliche Arbeiten verrichten, den Garten umgraben oder irgendwas handwerklich bauen, auch gut. Handwerkliche, künstlerische Tätigkeiten. Vielleicht hilft auch Musik machen, ja, aber jedenfalls mache was. Komm aus diesem blockierten Modus raus, in dem du Körperspannung erzeugst. Der Atem muss tiefer werden. Du musst physisch tätig werden, um in einen anderen Zustand zu kommen. Verstehst du, du musst also nicht auf die Inhalte achten. Geh von den Inhalten weg, deiner Sorgen und deiner Zweifel. Gehe auf das Energieniveau, gehe auf den tieferen Grund und ändere diesen Zustand des Zweifelns, des Grübelns, des in sich gekehrt Seins und siehe eher nicht die Inhalte der Gedanken, sondern sehe du, deine Software hängt sich auf. Was macht man? Neustart. Kennst du doch bei deinem Rechner, oder? Oder bei deinem Smartphone. Hey, hast alles probiert. Was immer hilft, ist Neustart machen. Mal runterfahren, Neustart machen. Also Software abschalten, Kopf ausschalten und überbrücken und einfach mal laufen lassen. Rausgehen, Sport machen, schöne körperliche Dinge machen, die dein ganzes, dein Testosteron hochbringen, die den Durchsatz hochbringen, die wirklich dich auf Vordermann bringen. Und dann bist du in einem anderen Zustand. Und dann kannst du in diesem Zustand dich einer Sache widmen, einem Problem widmen. Das ist völlig anders. Nach einem Boxkampf denkst du anders. Nach gutem Sex denkst du über bestimmte Probleme anders, als wenn du damit in dich versunken, kaum atmend, ohne Energie in deine Grübeleien verstreckt bist. Da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Also bringe dich aus diesem Zustand. Gehe von den Inhalten weg. Es gibt immer gute Gründe, warum man sich Sorgen machen muss, warum man Zweifel hat an dem. Aber da kommst du nicht weiter, sondern bringe dich eben in einen hochenergetischen Zustand, wo es dir gut geht, wo du dich männlich fühlst, wo der Körperspannung da ist, der Atem tief geht, wo der ganze Körper durchströmt ist, voller Energie ist. So, und in diesem Zustand neigst du eben nicht zum Grübeln. In diesem Zustand machst du schnelle und effektive Entscheidungen. Vielleicht ist es so mitten beim Fußballspiel, grübelst du auch nicht nach. Sollst du den Ball abgeben, nach links, nach rechts oder so, da grübelst du ungefähr eine Viertelsekunde nach und dann gibst du den Ball ab. Das ist eine konstruktive Art, Entscheidungen zu treffen. Beim Fußballspiel darüber nachzudenken, da kannst du gar nicht mehr spielen. Im Boxkampf, überhaupt in einem Kampf, kannst du auch nicht nachdenken. Sollst du nach hinten gehen oder blocken oder seitlich kuntern. Wenn du grübelst, hast du schon verloren. Du triffst ganz schnelle Entscheidungen. Das sind effektive Entscheidungen, die damit zusammenhängen, dass du auf einem hohen Energieniveau bist. Und diese Entscheidungen sind die besseren, die auf einem hohen Energieniveau stattfinden. Vielleicht nicht ganz so schnell wie eben beim Sport, wo es manchmal sehr schnell gehen muss. Aber in dieser Richtung, auf diesem hohen Energieniveau voller Adrenalin, voller Lebenssaft, voller Lebensfreude, neigst du dazu, schnelle und gute Entscheidungen zu treffen und nicht welche, die aus deiner Angst und deinen Sorgen beruhen. Also Software kurz schließen, ausschalten, in die Aktion bringen, den Motor anwerfen, deinen körperlichen Motor anwerfen, Action machen. Das ist ein Grundrezept, was immer hilft. In die Natur gehen, Kopf freikriegen. Deshalb sage ich, für die meisten Männer hilft Sport in der Natur. Mannschaftssport hilft, Kontakt mit anderen Männern hilft und eben Natur hilft. Ich sehe immer die unglücklichen, gequälten Gesichter in diesen Sportstudios. Da gehe ich ab und zu mal rein. Aber meine 20er-Karte, die ich vor weiß ich nicht wann gekauft habe, wird einfach nicht leer. Das ist ein bisschen langweilig. Du hast keinen Kontakt, es ist keine Natur da und jeder quält sich an diesen Geräten rum. Naja, mag einzelne gehen, die da wirklich mit fröhlich und glücklich sind und Spaßfaktor haben. Ich gehöre nicht zu. Ich sehe auch wenige, die dazu gehören. Ich sehe aber eher faszinierte Gesichter beim Schwimmen draußen oder beim Laufen in der Natur. Das ist für viele eine Hilfe, in die Natur zu gehen, den Kopf frei zu bekommen oder eben Mannschaftssport zu machen, wo du Kontakt hast und reagieren musst. Nicht in deinen Dingen nur drin bist. Das sind die beiden Dinge, die ich da empfehle. Also nicht in den Keller auf den Heimtrainer gehen zum Beispiel. Das bringt, da grübelst du weiter nach. Gedankenkontrolle. Kannst du gern mal vor einiger Zeit eben die Podcasts zum Thema Meditation. Die werde ich noch vertiefen, denn darum geht es auch. Bist du Opfer deiner Gedanken oder bist du Schöpfer deiner Gedanken? Und das kann man trainieren. Und dazu gehört die Meditationspraxis. Da geht es nicht um Erleuchtung. Ich komme aus dem Ruhrpott. Ja, da kann man Leuten nicht mit Erleuchtung kommen, sondern das hat ganz pragmatische Effekte, wie, dass du bewusster wirst, dass du nicht in Panik verfällst, wenn bestimmte Dinge passieren, dass du lernst, deine Gedanken in einer konstruktiven Art und Weise zu lenken und nicht in einer zwanghaften Art und Weise sozusagen von deinen Gedanken beherrscht wirst. Das heißt, eine Führung über den Computer zu erlangen und nicht den einfach irgendwas machen zu lassen, was bei den allermeisten der Fall ist. Es hat einen rein pragmatischen Wert und Meditationspraxis, wenn man sie eben hat, reichen 10, 15 Minuten am Tag aus, führt dich zu mehr Klarheit, innere Klarheit und zu mehr Beherrschung, Kontrolle, Selbstkontrolle auch in schwierigen, emotionalen, schwierigen Situationen. Also bei Selbstzweifel, bei Sorgen frage ich immer, hast du Meditationspraxis, und das ist auch eins der wesentlichen Dinge, die dir dabei helfen, in einer konstruktiven Weise mit deinen Gedanken umzugehen, Kontrolle über deine Gedanken zu haben, die negativen, die unproduktiven Gedanken wirklich auch auszuschalten und sie nicht auf Automatik laufen zu lassen. Dafür ist diese Meditationspraxis da. Okay, man, so viel. Nochmal zusammengefasst, Selbstzweifel und Sorgen sind nicht grundsätzlich schlecht, es kommt auf den Kontext an. Im bestimmten Zeitraum, den man festsetzt, vor allem wenn am Ende eine Entscheidung trägt, kann das sehr positiv sein. Sich selbst auch in Zweifel zu, Zweifel an sich, an seinen Entscheidungen zu haben oder sich Sorgen zu machen, aber am Ende muss eine Action, eine Entscheidung stehen und dann muss man aufhören, darüber nachzudenken, sondern diese Entscheidung verfolgen konsequent. Treffe möglichst viele Entscheidungen, wenn du ein Entscheider werden willst und kein Opfer und trage die Konsequenz für diese Entscheidungen. Beobachte den emotionalen Zustand, in dem du hängst, wenn der destruktiv ist, wenn der energielos ist, wenn der schlaff ist, wenn der traurig ist oder destruktiv ist, dann bringe dich aus diesem Zustand heraus, bevor du eine Entscheidung triffst, indem du Sport machst, Action machst, dich in eine körperlich herausfordernde Situation bringst, in die Natur gehst, so dass du da eben nicht mehr nachdenken kannst. Das ist wichtig. Und danach auf einem hohen Energieniveau widme dich der Sache nochmal. Und das letzte Meditationspraxis hilft dir, deine Gedanken zu kontrollieren und die zu lernen, die unproduktiven, die negativen, die selbstzerstörerischen Gedanken zu überwinden. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einen anderen Blickwinkel auf das Thema Selbstzweifel und Sorgen vermitteln konnte. Und ich hoffe, dass ich dich hiermit als Mann stärken konnte, deine Männlichkeit zu leben. Vieles dazu findest du in meinem Buch Männlichkeit genießen. Das ist das Gegenteil von Selbstzweifel und Sorgen. Da widme ich in einem Kapitel mich auch genau damit, wie kannst du eben dein Leben genießen, anstatt in Sorgen und Zweifeln zu verharren. Unten findest du den Link Männlichkeit genießen. Bis zur nächsten Woche und eine wunderbar männliche Woche wünsche ich dir als Mann.